In dieser Region hast du bereits vier Titel erhoben. Bei sechs gibt es einen Direktvergleich mit Raven West Motorsport. Solche Rennen locken fette Sponsoren an die dicke Preisgelder mitbringen. Sich so einen Vergleich zu verdienen, lohnt sich also allemal. Na klar. Wir haben jetzt noch GT1 und Prestige. Und ich würde sagen, wir fahren nochmal GT1. Das kann ja nicht nochmal so schrecklich sein. Wir fahren. Ne. Prestige. Ja, wir machen Prestige. Im Königseckhamba. Jetzt glauben wir uns auf den Pagani. Fahren wir mal mit dem durch die Ecke. Der kostet ja nochmal eben eine Million. So. Zum Rennen. Ich hoffe, mit dem läuft es besser, als mit dem Königseck. Höchst Tempo. 353. Schmutzigster Wagen. Spiker. C8 Spider. San Francisco. Jetzt geht es wieder los hier. Das mache ich immer. So, wir starten von Platz Nummer 7. Hier Shepard ist schon wieder gewaltig. Ja, da gab es nur eine kleine Masse Camerolage, würde ich sagen. Noch vier kommen. Und da dreht er sich hier. Und statt über Dritter. Ja. Oh, der kommt schon rum. Oh, die Karren sind doch viel zu schnell für die Straße. Dein Wagen ist etwas verbeult. Das ist aber noch mal zu schlimm. Da hat es den nächsten abgeschossen. Ja, ich sage ja, das hier ist Mord mit solchen Wagen auf der Straße. Das ist der Mord-Barnier. Aber wir sind wieder auf der 2. Tom ist mittlerweile auf der 4. Ich kipp alles. Oh, hier liegen überall Teile. Ja, das weiß ich mittlerweile. Aber er fährt auch wirklich sauber da vorne. Klasse, Tom auf der 3. Zweiter und dritter. Besser kann es gar nicht laufen. Und ich muss sagen, der Paganis liegt mir persönlich. Besser als der Königseck. Der sieht auch geile aus von hinten. Und wir kommen ran. Das ist der Mord-Barnier. Ja. So, auf für die letzte Runde. Wir geben hier noch nicht auf. Wir fahren hier aber auch, wie die besenkten Säue. Aber meine Meinung ist, das ist zu schnell für die Stadt. Strecken. Das ist ja Mord. Oh, der wackelt aber auch ganz schön hier vorne. Und wir sind Tatsache vorbei und auf der 1. Mein Gott. Nach dem ganzen Hin und Her hier. Oh, Mann. Ei, 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 ei. Nicht abheben hier. Noch ein Seil am Auto. Der Pagani ist geil zu fahren. Tom nur noch auf der 4. Oh, ja, das hätte ich jetzt hier weiter verpennt. Oh, Junge, Junge. Ruhig bleiben, Pagani. Locker bleiben. Aber wir gewinnen. Wow. Das war aber heftig. Tom of the 4 ist okay. Kriegt auf jeden Fall auch ein bisschen Kohle. Aber wir fahren natürlich wieder alles ein. 207.000. Naja, er kriegt auch ein bisschen was. 69.000. Ab nach Long Beach. Oh, Long Beach. Ich hasse Long Beach. Wir starten von der 10 von 12. Tom of the 9. Drei Runden wieder. Oh, Junge, Junge. Stopp, 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 stopp. Dafür lief er einfach zu gut jetzt im ersten Versuch. Da will ich die wegschmeißen, Junge. 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 Ei, 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 die beiden da vorne sind aber jetzt noch weg Vielen Dank 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 Oh Mann Vielen Dank Das gibt's doch nicht Jetzt hänge ich hier fest Ah, ich sag ja, ich hasse Long Beach Oh, oh, oh Wow Wir haben Fabian D'Amour im Blickfeld. Okay, du bist zur Zeit noch Position 5. Das stört mich nicht. Hey Kollege, ich hänge es dir dran. So. Ich muss mich hier wirklich konzentrieren auf Long Beach. Das ist nicht mehr feierlich. Es ist schwer dran zu bleiben. Sehr schwer. Na, das muss doch jetzt nicht sein. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. So gut dabei. Okay. Wenn sich nichts ändert, wird Papier gewinnen. Man, 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 man. Das muss doch zu packen sein. Oh, ich glaub's nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ach so, ist der Staat doch scheiße, ey. Mann. Ich sag ja, ich hasse Long Beach Entschuldigung Ich glaub's nicht hier, ey Dann fangen die alle an mir vorbei, das ist doch scheiße Kann nicht einer mal in mich reinfahren, um ein bisschen Frust abzubauen, Mensch Oh 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 So, wenn das jetzt hier nichts bringt, ne, dann weiß ich auch nicht. Wir sind auf der 2. Oh, musste der das machen? Der hat mich damit voll aus dem Konzept gebracht, der Penner. Erster. Den Platz werde ich jetzt, haben wir jetzt das erste Mal hier in diesem Rennen. Und ich schwör's bei Gott, den geb ich nicht mehr ab. Ich hab nix gesagt. Ein größerer Unfall hat mindestens einen, deiner Gegner hat den Rennen geworfen. Ich will das jetzt hier nur noch über die Bühne bringen, ey. Überall liegen hier Teile. Ich hab mir die Reifen kaputt gemacht. So, letzte Runde. Jetzt gleich. Jetzt ist letzte Runde. Äh, ich bin so vorsichtig, wie es gar nicht mehr geht, Junge. So. Alter, hier liegen mehr Teile als das andere. Überall. Komm, fahr, fahr, fahr. Ich bin lieber vom Gas gegangen. Wollte da jetzt nicht voller Pulle durchsausen. Komm. Fahr nach Hause. Fahr nach Hause. Komm. Komm. Ja. Endlich. Boah, ey. Scheiß jetzt auch drauf, dass wir den Hauptjackpot nicht bekommen. Das ist mir total egal. Tom landet auf der 5. Das ist auch ein super Ergebnis. Aber er ist noch auf der 4. Wir sind immer noch vorne mit 14 Punkten in der Konstrukteurswertung. Ja, den kriege ich natürlich jetzt nicht. Alles andere, ja. Aber da fehlen direkt mal ein paar Tausender. Und Tom kriegt da einmal in den Hauptsponsor. Und auch 114.000. Letztes Rennen. Detroit. Ja, und startet auch direkt von vorne. Ist ja überhaupt nicht fair, ne. Tom auf der 6. Wir auf der 9. Ja, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Bin zu hart reingestochen. Tom auf der 4. Ich hab dich im Rückspiegel gekommen. Bin direkt vor dir. Jetzt sind wir auf der 4. Ja, bleib da auch mal. Oh, Tom, Idiot. Okay, 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 okay. Das ging gar nicht. Ja, selbst schuld. Wir sind auf der 3. Nein, wir sind auf der 2. Scheiße auf den Schaden. Ich glaubst gar nicht, wie ich hier nur noch weg will. Du riechst die Lücke. Im Moment trenn dich nur 3 Sekunden vom ersten Klass. Dein Wagen ist etwas zerbeult. Ist aber noch mal zu schlimm. Erster, obwohl ich es gar nicht will. Tolle Leistung. Du liegst vorne. Aber egal. Ich nenne das natürlich gerne mit. Hier für den Riesenteil. Autsch. Meine Fresse. Aber wir setzen uns ab. Letzte Runde. Komm, dann bringen wir nach Hause, Baby. Geil, 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 geil. Komm, 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 komm. Jawohl. Wieder ein bisschen Abstand. Hier lang. Aua. Fahr, fahr, fahr. Ich will das Ding jetzt hier nach Hause fahren, ey. Komm, komm, komm. Boah. Da haben wir es. Wir haben es geschafft. Oh, endlich. Tom nur Elfter. Das war knapp. Tom nur noch auf der 6. Aber wir haben immerhin den Teamtitel. Also haben wir wieder alles abgeräumt. Nur Tom war schlecht. Im letzten Rennen vor allem. 138.000. Er dürfte nix kriegen. Ja, Schaden hat er auch noch gehabt. Er hat den wenigstens gehabt. Er hätte sich 69.000 mitnehmen können. Aber ne. Nächste Rufpunkte für die USA. 380.000. Ordentliches Rennen. Damit kommen wir wieder etwas voran. Ja. Wir knacken jetzt noch die 7 Millionen. Neue Sponsoren. Olli. BPM. Und Speed. Mein Team. Sponsoren werden direkt angeguckt. Das Rennen bestehen. 12.000. Nein. Es kommt nix dazu. Die bleiben. Die können da bleiben, wo sie wollen. Bis der Pfeffer wächst. So. Hier haben wir noch einen Pokal. Und zwar GT1. Dann haben wir es hier fertig. Ja. Nächstes Mal geht es dann wieder nach Europa. Da nehmen wir dann entweder die Tourenwagen oder Open Wheel. Da ist dann wieder was soweit. Und dann geht es dann noch hier. Profi-Tuning und GT2. Und das war es dann. Ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja würde ich mich natürlich gerne über ein Like darüber freuen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Let's Play Race Cyber Grid. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem viel Spaß. Denn ich sage tschüss. Ciao und auf Wiedersehen. Denn ich bin jetzt raus. Euer Mucke. Ich bin jetzt raus.